Jetzt müssen wir ins Haus und die Tür öffnen. Tür steht schon offen. Das hast du verpasst. Leider. Interessant war es. Heftig war es nicht, aber interessant. Warte mal, da schwebt... Ah ne, das ist ein Weinglas. Da schwebt eine Figur. Genau, Tombi, das machst du am besten. Achso, wir müssen rechts rein, stimmt. Da ist diese Tür. Danke, Playpie, für die Truhe. Vielen Dank. Noch mal, Keller. Manchmal, Ignoranz ist Glück. Na dann, los geht's. Du kennst schon den Drill. Niemand wird kommen, und dieser jemand wird dich versuchen, zu töten. Die Frage ist... Wer wird es sein? Oh-oh. 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 Eine Pfeufe. Oh-oh. 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 Ratten... Wir haben ein Rattenproblem. Oh-oh. 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 Alles klar Alex Ich habe es gewusst. Servus, Alex. Das war's. Oh. Gab's keins, nee. So. Mimi, dankeschön. Oh-oh. Maybe you'll find a normal job. Eight hours a day, six days a week. You'll be reliable, consistent, boring. No. You've always thought that you were too good for a regular job. I understand. You want to stay with your family. If you decide to abandon the job, I can't stop you. Just leave the earpiece and go. You won't hear about me anymore. Boah, was das für ein Schatten wirft. Ah, okay. Alles wieder ablegen. Jetzt. Sorry. I was joking. It looks like this house has changed. Now it's mine. What kind of place is it? Have you died or just went crazy in prison? Well, it couldn't be your fault. In fact, you can't be wrong. The blue wire wasn't here in the first place. Or maybe you had a partner who gave you the wrong instructions. It couldn't be your fault. You are a good person after all. This just can't be true. Oha. Der rennt schnell. Der rennt schnell. Okay. Und der kann spawnen. Der spawnt und rennt schnell. Rechts oder links? Rechts. Okay. What the? Alter. Das wäre jetzt ein geiler Jumpscare geworden, wenn sie den Ton angepasst hätten. Grad eben. Fetten Ton, dann wäre es ein geiler Jumpscare. Schade. Hätten sie besser machen können. Nein. Ach du Scheiße. Wir haben die ganze Familie getötet als Einbrecher. Oh. Oh. Das war nicht wirklich deine Schuld. Nach allem. Wer weiß, wer diese Leute waren. Kipps. Abusers. Möbster. Komm. Komm. Oh. 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 Wow. Genauso eine kranke Geschichte wie das Game gestern. Mit dem Autounfall und dem Alkohol. Danke, danke TikTok. Für die Geschenke. Drei Personen. Ich weiß nicht. Er war ein Monster und hat beide von ihnen getötet. Mal sehen, was es ist. Kranke Geschichte. Habs gewusst. Ich hab es gewusst. Ich hab's gewusst. I want to look at the person who killed me. Aber du guckst jetzt nicht grad so mittig. Nein. Okay. Müssen wir machen. An Acceptance. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Aber... Auf Wiedersehen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Und du wirst dich. Das sch憐st. Nichts was bis jetzt nach der Zeit. Der Mann wird zusammen. Wir werden zusammen. Maar immer noch. klasse geschichte das spiel klasse geschichte ich glaube jetzt ich glaube jetzt zünden wir das haus an ich glaube jetzt erfahren die geschichte wie es passiert ist oder was it a good ending there is no time need to leave it as it is since when did i start talking to myself i can't take it anymore they need to get distracted and you tap lately i can't get my childhood out of my head i don't know why oh was new who i would be when i grew up my father took care of this director of the factory very powerful person he had big plans and some of them were on me but first i had some daily schedule to do you must wake up at five then homework then ich habe meine hausaufgaben immer im bus zur schule gemacht ich bin dafür nicht extra um fünf aufgestanden aber guck mal der hat der hat am abends noch einen anderen job gehabt das kind hat einen anderen job gehabt am abend scheinbar 13-year-old union assistant at this sorting floor promotion to the cutting floor 17-year-old 15-year-old business school as it is director director of the factory okay every day was a preparation for the future i had goals at age 14 a junior assistant in the sorting floor at 15 a senior assistant head of the floor at 24 replacement for my father at 31 15-year-old business school as it is not time for doubts i would do everything for him every day i hated it had no one to talk to i had no idea how nowhere to go and because of that again and again armes kind armes kind der hat keine kindheit gehabt dann wurde er natürlich zum einbrecher und durch diesen einbruch hat er aus versehen eine familie mit kind ausgelöscht was hat was für ein was für ein versautes leben und aber ich hab nach den Weg到 oh ja abhauen oder targebuch dr book storie it's too embarrasses even think about them but they gave me the distraction man Hallo, Jacqueline. Okay, wir haben ein Jobangebot. Er lockte mich auf. Er hat seinen Bildungsmethoden stärker als üblich. Aber es ist alles in der Vergangenheit. Ich konnte, zu gehen, und das ist, was wirklich wichtig ist. Ich lasse alles hinterher. Ich habe eine spezielle Mädchen. Das ist, was wichtig ist. Wir haben ein wunderbares Baby. Und wir lebten glücklich nachher. Warte. Wir waren der Junge, wo eingesperrt war. Unser Vater hat uns eingesperrt. In die Zelle, wo wir gesehen haben. Servus, Friedrich. Hallo, Melina. Und hier ist das Baby mit verbrannt. Das Baby mit Mama und Papa. Ja, Alter. Das Baby mit Mama und Papa. Okay. Ah, meinżaß. Oh. Wir waren das única und ich eröffnet. Das war alles. Das war alles für nichts. Ich habe jedes月 ein trick gemacht. Ich habe meine Schrift begonnen, und ich habe Zeit geliefertigt. Ich habe eine andere Arbeit, und ich habe sie, über eine andere. Das war nicht genug. Aber wir haben eine Chance. also arzt rechnung was kostet der arzt 7564 pfund teuer 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 ich step up the stairs das einzige was du was die was die stelle brechen konnte war war der klang der alten kamera das klicken der alten kamera und das einzige was er sehen konnte war das war das war der blitz der kaputten kamera nach langen sekunden fand er eine tür ein weiterer ein weiterer blitz half ihm mehr zum sehen sie waren hier emotionslose figuren kurze momente in einer gefreut einer in einer eingefrorenen zeit oder in einer zeit die stehen geblieben ist sagt uns so also Ist er alles gut? Der Doktor sagt, er ist stabil. Gut, gut. Hast du noch einen Nacken genommen? I didn't have time. The operation just ended. How are you? Work. The part with the maniac is ready. I will write it in time. Can we get another loan? We are already in debt. They won't give us any more. I just need to finish it and... You can call your father. Mateen, you know we shouldn't do that. I've already spoken to him. He has plans for me and now he has plans for Oliver. He will break him. He is a monster. Aiden, I don't care who he is. I don't care even if he has horns and a tail. We're talking about our son right now. Listen. If he gives us money, then we won't be able to leave him. Never. No. I... I will sell the book and we will solve everything. Aiden. Your last work is still in your desk along with the previous one. How do you know that they'll buy this book? This is all that I have. I promise you. This is my best work. I just need to finish it and everything will be okay. Do you believe me? One month, Aiden. Then we'll call your father. I can handle it. I promise. Just say that you believe me and I will do everything. One month. Aiden. Ach du Scheiße. Jetzt kommt die Geschichte so langsam raus. Aiden. 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 Are you okay? We need to talk. Nein, nein, nein. Ich muss nur das Ding ausprobieren. Ein bisschen mehr Zeit, vielleicht eine Woche, oder... Aiden, ich kann nicht über die beiden auf den gleichen Zeit. Wir müssen das Problem lösen. Und jetzt lösen wir das Problem. Ihr Vater wird helfen, und er ist nicht so schlecht. Du kannst... Ich werde es alles hinterlassen. Ich kann mit meinem Vater arbeiten. Wir können zusammenarbeiten. Aber wenn ich nur ein paar Tage hatte... Wie lange haben Sie been inside? Aiden, ich kann nicht über die beiden auf den gleichen Zeit. Wir müssen das Problem lösen. Und jetzt lösen wir das Problem. Ihr Vater wird helfen, und er ist nicht so schlecht. Sie können später zurückkommen, wenn Sie wollen. Wer geht's über die Books? Wenn sie sich das Problem lösen, wird das gleiche mit Oliver als es mit mir war. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir werden es durchführen, was immer passiert. Ich bin sicher, dass nicht alles so schlecht ist mit deinem Vater. Wir werden mit ihm reden. Oder wir versuchen etwas zu tun. Oliver fragte dich. Ich sagte, dass du arbeiten. Aber du kannst ihn bald sehen. Er erinnert dich. Ich erinnere dich. Ich erinnere dich, auch. Aiden, du hast eine Verkauf. Aiden, bitte. Also wir haben ein... Ohhhh... Also wir haben ein Sohn... Halt die Fresse, sonst kommen wir nicht raus. Sonst bleibe ich hier jetzt. So, kann ich mir mal am Arsch schrecken. Wir haben einen Sohn gehabt, der war herzkrank, dann hat er eine OP bekommen, für 7000 Pfund, und dann haben wir jetzt natürlich die Rechnungen zahlen müssen. Kranke Geschichte, Alter, kranke Geschichte. Krank. Aiden will never understand me. We'll have to break up, but is it worth it? I'm sorry. I get it, Aiden. I really do. Finish your book. I hope you'll be okay. Goodbye. Okay, seltsames Ende.